Hey Leute, David von iDesigners hier. So, heute möchte ich mit euch etwas mal bequatschen. Und zwar, ich wollte davon eigentlich ein Tutorial hochladen, allerdings wäre das doch ein bisschen zu lang gewesen. Daher hatte ich mir gedacht, ich mache es wieder cool als Player und lasse im Hintergrund mal etwas laufen. Passend zum Thema findet ihr hier mal eine Speed Art zum Blue Yeti Mikrofon. Wie ihr sicherlich in der Vergangenheit in verschiedenen Tutorials schon mal bemerkt habt, dass meine Qualität des Mikrofons immer schlechter und leiser wird. Egal was ich tue und teilweise wird es von Cartagia sogar gar nicht mehr erkannt. Immer nach 5 Jahren gibt es vielleicht einfach mal den Geist auch. Daher wollte ich das Blue Yeti schon immer mal haben. Da das Mikrofon jetzt teilweise nicht mehr gut funktioniert, hatte ich mir gedacht, okay, ich mache jetzt eigentlich keine Tutorials mehr, solange bis ich ein anständiges Mikrofon habe. Allerdings hat es nie wirklich funktioniert und daher nehme ich jetzt hier am Laptop mit einer Webcam auf. Allerdings ist es auch nicht das Geil vom Ei. Daher hatte ich mir überlegt, wenn 150 Leute jeweils 1 Euro über den unten verlinkten Paypal-Link spenden würden, dann hätten wir unser Ziel beispielsweise schnell erreicht. Somit hättet ihr nicht nur professionelle Audioqualität, sondern ich müsste mich auch nicht unbedingt mehr fremd schämen, bei meiner Reichweite mit einem Post aufzunehmen. Daher könnt ihr so viel spenden, wie ihr möchtet und ich freue mich auf jeden Fall und bedanke mich schon mal recht herzlich für eure Hilfe und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Jetzt könnt ihr noch meinen Feedout zu Ende schauen und bis dahin würde ich sagen, haut rein, ciao.